okay wer rastet der rostet ihr seht hier ein gerät das kommt nachher auch beim hauptfilm in einsatz es ist so ja das ist eine co2-kartusche legt mich am arsch ja die haben wir heute auch wieder kaufen müssen müssen aber damit die stiefkinder also vermischte stiefkinder da die dann das wasser da rein füllen und dann das damit der patrone zum sprudel machen können oh kinder das ist jetzt haben wir uns heute wahrscheinlich auch wieder versündigt bis zum nimmerleins tag nennt sich universalzylinder das kennen das sprudelgerät ein paar werden es haben ich trinke es nicht ich trinke kein wasser und schon nee das schmeckt mir auch nicht so tolle ja ich glaube es wird gleich wieder im sinn sicher dialekt weitergehen im hauptfilm und der trailer ist die ankündigung fragen messages an kretas jünger und deren eltern wer es dann wieder schauen möchte vk bjud telegram